muss wieder alles alleine, das gibt es ja nicht. Aber da wie eine Kooperation passt, sehr gut. Wie ich gesagt habe, machen wir einfach quasi unsere Schnellreise und tschüss, Baba. Und das wird dann quasi die letzte Mission werden, weil dann mache ich dann auch die Pause. Beziehungsweise ich werde mir dann was zum Fressen bestellen. Und dann wechseln wir zum nächsten Game. Ich bin mir zwar jetzt noch nicht sicher, welches Game das nächste ist, aber ich glaube vielleicht eh Rise of the Ruined oder irgendwas in der Richtung wird dann das nächste Game werden. Vielleicht sogar Stellar Blade. Bin ich jetzt aber noch gespannt, ich will jetzt noch nicht sagen, was für ein Spiel, weil ich weiß selbst noch nicht. Ich überlege halt einfach nur auf Rise of the Ruined, weil ich halt einfach nur noch 20% zum Spielen habe. Also ich bin schon fast durch mit dem Game. Dementsprechend ist halt für mich eher der Fokus eher draufgelegt. Aber wenn halt natürlich Stellar Blade halt natürlich unbedingt gewollt wird, dann kann ich auch Stellar Blade auch zocken. Also stören mich jetzt auch nicht unbedingt. Aber ich denke mir nur so, ich könnte eigentlich kurz davor endlich mal wieder ein Spiel durchspielen und dann spiele ich schon wieder das nächste. Das ist ja wieder das geschissene. Steppen oder Treffen ist auch nichts, gell. Treffen oder Treffen habe ich auch nirgendwo gelernt. Wenn man da kommt, sowieso der war beim Heer und das Ganze und dann trifft er dann auch mal. Das ist auch ein Wahnsinn, der Habschi. Das ist auch ein Wahnsinn, oder? Das war beim Heer, dies zu sehen, oder? Bin ich, bin es nur da gefickt, oder? Der hat nix gelernt gehabt, oder? Da haben wir hier, der hat fix nichts gemacht. Da darf er nur die Weiber puten. Er hat immer noch gesagt gehabt, ja, ja, ich bin vom Heer. Und in Wirklichkeit hat er nur die Weiber puten und das Ganze. Hat nix gemacht gehabt. Vielleicht sogar Fake-Ausrüstung. Hat gesagt gehabt, zu der alten Heerst. Oh! Und tschüss. Hat nur zu der alten gesagt gehabt, ja, 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 ich war beim Heer und das Ganze. Oh, du warst wirklich beim Heer. Ja, dann sollten wir was miteinander anfangen. Genau, so eins zu eins war das. Uuuuuh, uuuuuh, da kannst du sicher schön was basteln. Feuerwehr, Granate, Heilung. Heilung? Nix? Oh, was sagt? Biene. Verwertbares. Okay, da hätte ich mir jetzt gerade irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Aber, was? Haben wir denn da ein Schönes gefunden? Da haut ich da rein, da mein Hapschi. Jetzt bin ich auch gespannt. Hallo? Hallo? Wie ist der, Bröllwoll? Der hat ein bisschen weit gegraben, der Hapschi. Oder kommt es mir irgendwie nur so vor? Ah, der wollte bis zur Kinder durchgraben oder was alles so das dezente Gefühl. Bis deppert. Der Havra hat es auch ernst gemeint. So, was hast denn da so alles Schönes? Ein Toast? Ein Toast, da kann man immer gut gebrauchen. Waffen? Schauen wir mal. Beziehungsweise vielleicht gar nicht irgendwie was machen. Normalerweise, na, normalerweise nicht. Wir haben auch zu wenig Schrott und alles drum und dran dabei. Fix. Lass es. Lass es. Hallo? Nur wenigstens hat er ein Scheißhaisel. Lieberhin. Echt cool. Ist das überhaupt intakt, das Haisel? Ich frage nur für einen Freund. Ähm, anscheinend nicht. Und dann sieht er auch, kommt der Scheiß drauf. Ah, ja. Sehr schön. Ja. Ist jetzt dauerhaft markiert. Interessant. Was bringt mir das jetzt? Wenn das dauerhaft drauf ist. Steppert, Alter. Aber schnell Havra. Bist gleich hier, Alter. Grettet, sehr schön. Steppert, das ging aber auch relativ flott bei dir. Wahnsinn. Irgendwie so vielleicht so irgendwas in der Richtung wie Sackmeidig. Kann das vielleicht auch irgendwie möglich sein? Nein. Darf ich wenigstens was zurücksetzen oder soll ich wieder warten? Also mit diesem Scheiß zurücksetzen und alles drüber dran, werde ich eh wieder heiß. Bis zum Gehnimmer. Das funktioniert eh nicht gescheit. Vielleicht, wenn ich Klicke habe, finde ich was, aber ich scheisse drauf. Besser lieber nicht. Ah, keiner. Ah, alles. Ich werde es vergessen. Feld? Wie wäre es mit Feld? Ich sehe nur, wie immer mehr und mehr die Radioaktivität daherkommt. Aber okay, lasse ich jetzt einmal so stehen. Kein Stress, Digi. Kein Stress. Überhaupt kein Stress. Aber. Ich will nicht irgendwie in die Wege bleiben. Fortschneid für einen Freund. Dean. Dean hört sich wie ein guter Name an. Oder auch nicht. Wow. Geschafft. Oh. Wird mich aber interessiert, was mit dem Typen ist. Infiziert mit elektrischen Turm. Ach, du Scheiße. Ja. War ja auch gar nicht mehr so schlecht. Aber mich würde es eh interessieren. Achso, ja voll. Dadurch, dass das nicht alles aus Blei ist und alles drum und dran, ist er dadurch auch noch verstrahlt worden. Ich habe mir jetzt nur gerade auch gehabt, so wie kann der jetzt verstrahlt sein und das Ganze. Aber ganz logisch. Dadurch, dass das nicht alles aus Blei und alles drum und dran war, ist er umso schneller gefickt gewesen. Aber, Alter, sei hinten genau neben dem Turm. Na gut, Alter. Es kommt also richtig gut rüber, Alter. Genau direkt daneben. Na halleluja, Alter. Ein Wahnsinn. Wirklich ein Wahnsinn. Vielleicht jetzt nicht irgendwie da noch so einen Schuss gehört. Das kann schon gut möglich sein. Oh. Ich frage nur für einen Freund. Ich frage nur für einen Freund. Kalibriert. Wie nett. Also eine Chance haben wir definitiv nicht gehabt. Laborstation haben wir eh schon gehabt. Brauchen wir nicht. Interessiert uns nicht. Das nehme ich auch noch mit. Was gibt... Ich brauche mich nicht einmal anschauen. Ich nehme schon alles. Passt schon, passt schon. Bleib ruhig, bleib ruhig. Geht schon alles mir. So lange ich noch laufen kann, ist alles okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Was gibt es denn da? Wie das so schön ist. Oh. Ja, okay. Ich habe noch einen Schauberer. Und Tschüss. Gott sei Dank habe ich mehr als genug Schuss. Gott sei Dank. Was kann ich da? Kann ich planchen gehen oder... Bis der Eppert gleich sehen wir Radioaktivität. Bis der Eppert gleich geschluckt. Aber... Was gibt es denn da so besonderes? Warum müssen das... Naja, vielleicht in der hinten, aber sonst. Vielleicht da hier irgendwie was aufmachen. Hab ich ja gesagt gehabt. Hab ich ja gesagt gehabt. Da gibt es was. Das würde mich jetzt aber interessieren, was da abgeht. Ich steppe, da war geiles Versteck. Das muss ich ja noch lassen. Das... Da! Haberer! Triffst du da irgendwann einmal an? Alter, das ist ja ein Witz. Nee, ich werde ruhig dich jetzt einmal nicht vom Wasser trinken. Bruder. Weil du kriegst Schesserei, sagst du, Alter. Schesserei wortwörtlich. Aber fuck's. Ich finde das immer so leuer und die ganzen Verstecke und alles drum und dran. Hat das. Finde ich geil. Finde ich irgendwie voll geil. Ja, jetzt langsam musst du dann wieder aufpassen, was du machst. Dann kannst du jetzt nicht schön langsam wieder alles mitnehmen. Das geht nicht. Au. Vielleicht da nehme ich mit. Was hast du denn da noch so schönes? Schlagkriegen. Und du hast nicht mehr 100.000 Schlagkriege. Oder die nutzen eh nicht, die Schlagkriege. So ein Scheiße. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das brauchen wir mal nicht. Das brauchen wir mal. Uuuuh. 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 Erhöht. Erhalte dauerhaft bessere Preise, als du beim Händler kaufst. Ja, Mann. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Er spielt Cyberpunk. Gerade aktuell. Links, rechts, links, links. Uuuuh. Uuuuh. Juni haben wir da. Stab die Kriege. Uuuuh. 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 Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Vorher auf die Birnen. Na, wot. Die ist da. Ja. Ja, wot. Digga. Einfach ab und zu nutzen. Weil ich es einfach kann. Einfach, weil ich es kann, nutze ich das aus. Hm. Wir haben da echt nettes Lager. Muss ich hier einer lassen. Oh, schon wieder Meisterrang. Das gibt's ja nicht. Ah, das ist... Das ist ein Krampf. Das ist ein Krampf mit dem Meisterrang. Ich kann leider erst später die Meisterrang machen. So, hier gebe ich jetzt einmal da ein bisschen was. Äh, gebe ich mal einfach jeden Scheißdreck. Bam, 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 bam. Bam, bam. Hab ich bis jetzt eigentlich noch nie wirklich genutzt gehabt, die Granate und alles drum und dran. Irgendwie, faszinierend. Irgendwie bleibe ich auch da, weil die ganze Zeit auch bei meinen Standardsachen. Bin ich auch irgendwie lustig. Was? Rest. Nehme mit. Hä? Achso, weil ich Dings hab. Ich wasche, ich wasche, ich wasche, weil ich den Zugangsding gekriegt hab. Oh, Bombe, Brudi. Bombe. Entweder ist das schon gegangen oder ist das ein bisschen abwesend. Entweder, oder? Das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Uh, hehehe, die Flasche kann ich aber gut gebrauchen. Ah, clever. Perfekt! Das ist ja auch noch das nächste. Überfälliges Buch. Interessanter Name. Ah, eh. Ah, eh, mal wieder. Der Scheißdreck explodiert. Ah, eh, mal wieder. Oh, Einsteiger. Ah, das ist mal wieder klar. Scheiß, mal wieder komplett rein. Das war so klar. Sehr gut. Schön. Wow. Also manchmal, dieses, ich mach etwas auf und dann ist nicht wirklich was Gutes drin, ist manchmal so ein Krampf. Man denkt sich, boah geil, man kann was öffnen und dann wird man so dermaßen enttäuscht. Schlimm. Wirklich schlimm. Wo ist das mit daneben hitten? Oh, sie ist da. Mhm. Ja, Winterjackel. Alles, was das Herz begehrt. Ich würde sagen, gehen wir weiter. Oh, das ist aber auch geil. Weil normalerweise wäre da vielleicht sogar früher sogar noch Wasser gewesen, oder? Kann das vielleicht auch noch zusätzlich sein? Oder haben sie einfach quasi wegen der Höhe oder irgendwie das Spot. Kann auch möglich sein. Das ist ja kein Anfall. Wenn der da rumschießt, das ist ja Wahnsinn. Wollen einen mal ziehen, weil der eh nicht trifft. Aber weißt, was lustig ist, die schießen nur mich. Oh, nicht ehem. Wieso schießen sie nicht immer? Das wäre viel einfacher, oder? Das ist super gewesen. Mit dem Huhnsviech. Ich nehme mal kurz Scharfschützen quer, weil das ist vielleicht relativ stark. Das Viech. Ich habe ja gesagt, das ist stark. Und normalerweise mit dem Scharfschützen quer ein, zwei Schuss weg. Weg vom Fenster. Das ist aber leider. Das war nur das... Bist du Tefer, oder? Nur das Visier ist kacke, aber sonst... Ah, okay. Dann vielleicht war auch ab und zu die Waffe scheiße. Ich denke mal gerade so, ich schieße und schieße und schieße. Okay, okay. Man muss aber auch sagen, die hatten einen guten Schaden. Das kommt drauf an, glaube ich, wo ich hinschieße. Das kommt eh ja drauf an, wo ich schieße. Schon irgendwie so wie ein Ausdäger hier. Voll. Voll. Wenn ein paar Pistotepe hat, schau wie viele. Schau wie viele Havara. Pistotepe hat, Alter. Hüfe. 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 Geist damit für ein ganzes Nester, Leute, mit Ih Lieblingsviechern. Die ist so supermarket, Alter. Ein ganzes Nester gehabt. nutsx hüfe. Hüfe. Ah, wir sind da ja perfekt! Hätte ich die Brücken missionary oder verworfen ja nicht schlecht gewesen, das Witas nicht schlecht gewesen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Piste, aber das wäre auch super, Alter. Ja, die haben Wasser, die haben das, die haben sicher alles, was das jetzt begehrt. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, die hat die Frage, ob die überhaupt noch jemand lebt. Das ist wieder das nächste. Das ist wieder das nächste. Oder wer weiß, ob die überhaupt noch welche leben. Jetzt, wo die Kakerlacke dabei ist. Ah, schau. Hi. Ein anderer Komswurf. Aber ich nehme ihn mal, gell? Ich nehme ihn mal. Oder dass sich da jetzt irgendjemand beschwert, hoffentlich. Ich weiß nicht, vielleicht sind auch nur Roboter hier. Ah, rot. Rot ist einmal gefährlich. Oh, Biest. Ah. Ah. Ding, mein Gott sei Dank. Wo war es wie? Gibt es ja wenigstens mit irgendjemandem, mit dem ich mich unterhalten könnte? Irgendwann? Vielleicht? Wenigstens irgendjemand? Havara? Gibt es ja überhaupt Leute? Werkstatt. Werkstatt. Eine Werkstatt kann ich, glaube ich, weniger untersuchen, aber noch gut. Ja, dann mach das halt einmal. Schauen wir es sich einmal an. Vielleicht finden wir wem vielleicht auch nicht. Ich finde es schon wieder gut. Spiel. Spiel. Na warte. Na warte. Ich will mir jetzt zwei Sachen einfallen. Okay, weil dann wirst du vielleicht das andere sein, wenn ich es nochmal finde. Wenn ich es nochmal finde. Gehen wir doch nur ganz kurz. Ich glaube da kann ich... Da kann ich eh reingehen, aber nur von der anderen Seite. Alter, vorder. Da kann ich mir auch wieder relativ sehr, sehr gut spielen dann später. Das finde ich super. Ich habe schon gesehen gehabt, da der mit Werkstatter, alles da mal dran. Da kann ich da eh fühlen. Das ist sogar Anlage, das, 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 das. No, nicht schlecht. Nicht schlecht. Also alles, was das Herz begehrt. Nur hat sich schon länger keiner mehr drum gekümmert und das Ganze. Scheiße. Na gut. Vielleicht werden wir es ja herausfinden. Und vielleicht kriege ich auch da meinen Auftrag. Das kann vielleicht auch möglich sein. Oh, geil. Geil, 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 geil. Echt gute Frage. Welch, welch, was braucht er, was braucht er? Wenn ich jetzt quasi da... Okay, dann ist es eh. Dann ist es einmal definitiv eh. Was am Schluss irgendwo sein muss. Star. Ja. Plötzlich doch nicht. Interessant. Was haben wir noch gleich gehabt? Das O haben wir gleich gehabt. Das O. Das O war aber auf der dritten Stelle. Auch nicht. Scheiße. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich. Aber das O ist auf der dritten Stelle. Gut zu wissen. Der hat mich ja noch immer gesperrt. Fick dich. Ich will wieder einig. Ich will einig, du. So. O ist an der dritten Stelle. Alles klar. Das wär's. Ah, das geht auch. Sklave. Oh, jeez. Aha. Ich glaube, wir gehen jetzt dann noch ein bisschen kurz spazieren. In der Hoffnung, dass wir jetzt da dann noch irgendjemanden finden. Aha. Ich hab ja gesagt gehabt. Oder entweder wird da noch irgendwelche Leute sein oder überhaupt nichts mehr. Äh, die wie? Äh, fehlt's, was ich, Bruder. Fehlt's, was ich. Ich glaube, da ist gar keiner mehr. Das ist halt das Problem. Ich glaube, dass da gar keiner mehr ist. Bistappert haben die das ja alles da liegen gelassen oder was? Bistappert. Ruhmkorken. Das, 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 das. Ich kann schon wieder nicht laufen. Na juhu, Alter. Getötete Tiere bringen die dauerhaft zusätzlich mehr Fleisch, Alter. Das ist okay. Mehr Fleisch. mein fleisch ist auch nicht schlecht so zeigen wir hier vielleicht gibt es sogar irgendwas was sogar jetzt besser ist und man vielleicht sagen würden okay passt würden gerne mal tauschen waffentechnisch big jam so schön und gut aber und dann gebe ich die aus die favoriten raus und gewicht die raus und gewicht die dazu würde ich sagen was aber auch was besseres ja dann haben wir definitiv auch als besseres da komme ich schule du brauchst ein bisschen am blödsinn du brauchst ein bisschen am blödsinn du hast viel zu wenig mit das geht mir überhaupt nicht der avar hat viel zu wenig mit das geht mir gar nicht egal das gebe weg das gebe weg ja wahnsinn dass man endlich mal wieder waffen weg okay das war ja schon mal langsam wieder an der zeit hilfsmittel divers schrott ja da kommt sich jetzt haben wir nicht alles nehmen du mal einfach nur lagern das kann jetzt noch okay passt ich wollte schon sagen ah er kann nicht mehr tragen ich wollte schon sagen weil das kann jetzt noch eine halbe stunde an okay bis wir da fertig sind gibt es da vielleicht sonst noch irgendwas schönes dann kann ich nicht wissen ich hätte mir trotzdem tag gehabt dass ich da nur irgendwen find da ist ja gar nichts obwohl beziehungsweise ich finde ich finde vielleicht doch noch jemanden die haben sich vielleicht versteckt oder ich muss als erstes noch alle haben dann das kann vielleicht auch möglich sein weil dann wird das quasi unsere nächste neue siedlung das kann auch sein weil markierung wäre schon mal am start ich kann mir schon relativ gut vorstellen dass der verlangt dass wir jetzt einmal die ganze siedlung jetzt einmal auslösen ja sehr gut das wärs super super warte 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 warte